Meine sehr verehrten Freunde, Bevor ich mit meiner heutigen Lesung beginne, erlaubt mir bitte ausnahmsweise ein Vorwort. Diejenigen unter Euch, die mich bereits kennen, wissen wohl, dass ich mich üblicherweise jeder Meinungsäußerung über die Werke, welche ich lese, enthalte. Ich bin nur ein Vorleser und ich meine, es stünde mir einfach nicht gut zu Gesicht, mich über ein Werk zu äußern oder es gar, wie man es ja seit Jahrzehnten aus der etablierten Literaturkritik kennt, zu zerreißen, ohne selbst jemals ein eigenes Wort geschrieben zu haben. Ich habe mich im Vorfeld der Beschäftigung mit der klassischen Literatur in diesem Bereich etwas kundig gemacht, um beispielsweise Urheberrechtsverletzungen von vornherein zu vermeiden. Und was ich dabei an Stolperfallen entdeckte, hat mich, obschon ich Unebenheiten durchaus erwartet hatte, dann doch überrascht. Es war daher schon seit einiger Zeit geplant, hierzu einmal ein Tutorial zu erstellen. Ich habe auch mehrere Abhandlungen über dieses Thema geschrieben, doch bevor ich damit jeweils zu einem Ende gelangen konnte, waren Teile davon bereits wieder überarbeitungsbedürftig, da unvollständig recherchiert und zum Teil von mir selbst missverstanden oder missverständlich zum Ausdruck gebracht. Daher gelangte keines dieser recht zeitaufwendigen Projekte, bislang bis zur Ausführung. Ich habe nun vor einiger Zeit von einer lieben Freundin ein Kompliment erhalten, welches jeden Vorleser nur mit Stolz erfüllen kann. Diese, meine Freundin, meinte, sie habe sich bereits so sehr an meine Art des Vorlesens gewöhnt, dass sie mir womöglich auch dann zuhören würde, wenn ich mich des Koblenzer Telefonbuches bedienen möchte. Nun, meine verehrten Freunde, keine Sorge, ein Telefonbuch werde ich nicht vorlesen, denn einerseits sehe auch ich dieses Kompliment im übertragenen Sinne, andererseits könnten hierbei aber auch Persönlichkeitsrechte betroffen sein, und letztlich unterliegt selbst das Telefonbuch dem Urheberrecht und darf gar nicht so auch ein weiteres unentgeltlich öffentlich zugänglich gemacht werden. Da ich erst dieser Tage auf der Suche nach weiteren Antworten bezüglich des Urheberrechtes war und keine Antwort auf diese finden konnte, habe ich die Suchmaschine unseres Gastgebers bemüht und bin dabei über die Grundlage für dieses Thema gestolpert, nämlich die PDF-Version des Urheberrechtes höchstselbst. Angesichts meines eigenen Interesses an dieser Materie und des vorher erwähnten Komplimentes bin ich nun auf den Gedanken verfallen, Euch das Urheberrecht vorzutragen, als wäre es eine Geschichte meines Verglichenen selbst oder eine andere Art klassischer Literatur. Für diejenigen unter Euch, die sich nun die Frage stellen, ob ich dies denn überhaupt dürfe, sei vorab der § 5 zitiert, der in Abs. 1 ausdrücklich klarstellt, dass Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu den Entscheidungen keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Auch der Abs. 2, den ich aber später zitieren werde, wäre gegebenenfalls hier noch mit von Bedeutung. Doch dies zu entscheiden, überlasse ich Euch. Mich würde nun interessieren, ausnahmsweise bevor ich Euch das Gesamtwerk von immerhin 55 Seiten zu Gehör bringe, wie Ihr zu diesem Vortrag steht und ob Ihr mehr davon hören möchtet. Macht daher von der Möglichkeit, Eure Meinung hierzu abzugeben, in den Kommentaren Gebrauch. Doch wenn Ihr bewertet, so tut dies bitte hinsichtlich meines Vortrages. Ich habe weder den Text geschrieben, noch bin ich auch nur ansatzweise dafür verantwortlich. Die Verantwortung trage ich nur für die Art des Vortrages und so sollte auch nur diese bewertet werden. Seid also bitte so nett, mir diesen Gefallen zu tun und straft mich nicht ab, für etwas, das andere zu verantworten haben. Und nun, vielen Dank und viel Vergnügen. E.A. Poe Productions präsentiert Ein Werk des Bundesministeriums der Justiz vom 9. September 1965 mit den letzten Änderungen vom 17. Dezember 2008. Das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte oder kurz das Urheberrechtsgesetz. Teil 1 Urheberrecht Abschnitt 1 Allgemeines Paragraf 1 Allgemeines Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Abschnitt 2 Das Werk Paragraf 2 Geschützte Werke Unterabschnitt 1 Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere 1. Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme 2. Werke der Musik 3. Pantomimische Werke, einschließlich der Werke der Tanzkunst 4. Werke der Bildenden Künste, einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke 5. Lichtbildwerke, einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden 6. Filmwerke, einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden 7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, Bezeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen Absatz 2 Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen § 3 Bearbeitungen Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, werden, unbeschadet des Urheberrechtes am bearbeiteten Werk, wie selbstständige Werke geschützt Die nur unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird nicht als selbstständiges Werk geschützt § 4 Sammelwerke und Datenbankwerke Abschnitt 1 Absatz 1 Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind, sogenannte Sammelwerke, werden, unbeschadet eines an den einzelnen Elementen gegebenenfalls bestehenden Urheberrechtes oder Verwandten-Schutzrechtes, wie selbstständige Werke geschützt. Absatz 2 Amtliche Werke 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 Abschnitt 3 Der Urheber Urheber ist der Schöpfer eines Werkes. § 8 Miturheber Absatz 1 Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Absatz 2 Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu. Änderungen dieses Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber zulässig. Ein Miturheber darf jedoch seine Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wieder treu und glauben verweigern. Jeder Miturheber ist berechtigt, Ansprüche aus Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechtes geltend zu machen. Er kann jedoch nur Leistung an alle Miturheber verlangen. Absatz 3 Die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes gebühren den Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung an der Schöpfung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhebern vereinbart ist. Absatz 3 Absatz 4 Ein Miturheber kann auf seinen Anteil an den Verwertungsrechten, Paragraf 15, verzichten. Der Verzicht ist den anderen Miturhebern gegenüber zu erklären. Mit der Erklärung wächst der Anteil den anderen Miturhebern zu. Paragraf 9 Urheber verbundener Werke Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwertung miteinander verbunden, so kann jeder vom anderen die Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung der verbundenen Werke verlangen, wenn die Einwilligung dem anderen nach treuem Glauben zuzumuten ist. § 10 Vermutung der Urheber- oder Rechtsinhaberschaft Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen. Dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname oder Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist. Absatz 2 Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 bezeichnet, so wird vermutet, dass derjenige ermächtigt ist, die Rechte des Urhebers geltend zu machen, der auf den Vervielfältigungsstücken des Werkes als Herausgeber bezeichnet ist. Ist kein Herausgeber angegeben, so wird vermutet, dass der Verleger ermächtigt ist. Absatz 3 Für die Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte gilt die Vermutung des Absatzes 1 entsprechend, soweit es sich um Verfahren des jeweiligen Rechtsschutzes handelt oder Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden. Die Vermutung gilt nicht im Verhältnis zum Urheber oder zum ursprünglichen Inhaber des Verwandten-Schutzrechtes. Absatz 4 Inhalt des Urheberrechts Unterabschnitt 1 Allgemeines § 11 Allgemeines Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Unterabschnitt 2 Urheberpersönlichkeitsrecht § 12 Veröffentlichungsrecht Absatz 1 Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Absatz 2 Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist. § 13 Anerkennung der Urheberschaft Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. § 14 Entstellung des Werkes Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten, geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. Unterabschnitt 3 Verwertungsrechte § 15 Allgemeines Abschnitt 1 Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Das Recht umfasst insbesondere 1. Das Vervielfältigungsrecht nach § 16 2. Das Verbreitungsrecht nach § 17 3. Das Ausstellungsrecht § 18 Absatz 2 Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben. Klammer auf Recht der öffentlichen Wiedergabe Klammer zu Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere 1. Das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht nach § 19 2. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a 3. Das Senderecht 4. Das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger nach § 21 5. Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung 5. Nach § 22 Absatz 3 Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. § 16 Vervielfältigungsrecht Absatz 1 Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleich viel, ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. Absatz 2 Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- und Tonfolgen. Klammer Bild- und Tonträger Klammer zu Gleich viel, ob es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf einem Bild- oder Thonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Thonträger auf einen anderen handelt. § 17 Verbreitungsrecht Absatz 1 Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original- oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Absatz 2 Sind das Original- oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. Absatz 3 Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar erwerbszweckend dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt jedoch nicht die Überlassung von Originalen oder Vervielfältigungsstücken. Erstens von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder Zweitens im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden. § 18 Ausstellungsrecht Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original- oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes, der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen. § 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht Absatz 1 Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen, öffentlich zu Gehör zu bringen oder ein Werk öffentlich-bühnenmäßig darzustellen. Absatz 3 Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen außerhalb des Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirmen, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Absatz 4 Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Das Vorführungsrecht umfasst nicht das Recht, die Funksendung oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu machen. Nach § 22 § 19a Recht der öffentlichen Zugänglichmachung Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. § 20 Senderecht Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk oder ähnliche technische Mittel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schauen Sie sich mal wieder aus, das ist culturen, sehr gut. Schauen Sie sich mal wieder aus, das ist für 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 das Ziel einstatt. Vielen Dank.